Zum Wochenstart gab es beim Himmel über Deutschland ein wechselhaftes Hin und Her um 9 Uhr in Dortmund. Noch dichte Regenwolken, nur eine Stunde später, sah es deutlich freundlicher aus. In den kommenden Tagen bleibt es ähnlich wechselhaft und so haben wir auch in der kommenden Nacht einige Regenwolken, die über uns ziehen. Im Südwesten sind sogar einzelne Gewitter möglich. Die Nacht bleibt mild, meist liegen die Tiefstwerte zwischen 10 und 6 Grad. An den Alpen kühlt es bis auf 4 Grad ab. Am Dienstag nehmen uns zwei Regengebiete in die Zange. Im Süden, aber auch im Norden bleibt es häufig trüb und nass. Dazwischen abseits von einzelnen Schauern meist trocken und besonders im Westen häufig freundlich. Die Temperaturen liegen meist zwischen 10 und 14 Grad. Etwas frischer ist es nur unter den Regenwolken. In den kommenden Tagen bleibt es dann insgesamt wechselhaft. Die Temperaturen gehen langsam Schritt für Schritt zurück und so müssen wir uns Richtung Wochenende warm anziehen. Denn schon am Freitag sind in den Bergen Schneeflocken möglich.